Hi Leute, willkommen zu diesem Informationsvideo. Ja, ähm, ich hab jetzt mittlerweile schon wieder 658 Abonnenten. Ich mach das Ankündigungsvideo meistens immer so bei der Mitte, für das nächste Special. Und ich hab mir überlegt, zum 700 Abonnenten Special, ich hab nämlich mal 600 fertig. Ich hab mir überlegt, ich weiß nicht wann das kommen wird, aber ich hab mir so überlegt, ich hab einen eigenen TS3-Fanserver, den übrigens Yannick mir gemacht hat. Ähm, und ich denk mal Yannick, oder irgendeiner, die sich jetzt hier melden können, die irgendeinen, ich denk mal es gibt relativ viele, die einen Minecraft-Server haben, wo, sag ich mal, 20 Leute draufpassen, 20, 30 Leute draufpassen, oder einfach mal schauen, ne, wie viele, äh, ja. Ja, ich hab mir eigentlich vorgesetzt, für 20 Leute, also 20 Leute kommen auf einen TS3-Server mit mir, in irgendeinen Raum, und, äh, Yannick macht einen Minecraft-Server auf, oder halt irgendjemand anders, da muss ich noch schauen, macht halt einen Minecraft-Server auf, und, dann sind wir so 20 Leute, alle in TS3 drin, ich starte die Aufnahme, und dann machen wir eine Session, das können 4, 5 Folgen sein, das können aber auch 10 Folgen sein, machen wir dann ein Let's 20 Gather Minecraft, ja. Ich hoffe mal, also ich denk mal, das wird schon richtig episch, wenn da jeder da so rumläuft, ne, alle so am reden, am schnacken, und dann, äh, jeder baut was, alle fällen Bäume und so, das, das wird schon episch, denk ich mal, das wird schon ganz lustig, und, ja, ja, ähm, ja, ihr müsst dann halt einfach rechtzeitig kommen, da gibt's keine Voraussetzungen eigentlich, und, ja, also ihr solltet aber auch schon mitreden im TS3-Server, äh, die ganzen Daten kommen halt dann noch, ne, wenn der Server offen ist und allen Scheiß, da gibt's aber auch nochmal später ein Infovideo zu, nur mal als kleine Ankündigung, dass ihr Bescheid wisst, also, Leute, ne, wir sehen uns dann einfach mal beim nächsten Mal, das war nur jetzt so mein Vorschlag, für 700 Abonnenten, ich freu mich, bis dahin, Leute, tschüss!